Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Säure-Base-Definitionen. Der Film gehört zum Thema Säuren und Basen. Als Vorkenntnisse solltet ihr die Videos über Salzbildung gesehen haben. Ziel des Filmes ist es, euch grundlegende Vorstellungen über Säuren und Basen zu vermitteln. Der Film ist in vier Abschnitten untergliedert. Erstens Dissoziation, zweitens Brönnstatt-Definition, drittens Protolyse und viertens Holzverbrennung. Erstens Dissoziation. Säuren und Basen ergeben zusammen mit Wasser wässrige Lösungen. Diese wässrigen Lösungen leiten den elektrischen Strom. Folglich müssen sie Ladungsträger enthalten. Diese Ladungsträger sind geladene Teilchen, Ionen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.